Moin Freunde, was geht ab? Ich bin Marvin Gonzalez und wir schauen uns heute schön KSI mit seinem neuen Song Holiday an. Und zwar hat er den vor kurzem erst gedroppt. KSI, wer den nicht kennt, ist einer der größten britischen YouTuber, würde ich mal so behaupten. Hat schon sehr viel erreicht, legendär der Boxkampf gegen Logan Paul. Und früher hat er eher Gameplan Videos gemacht und dann ist er aber musiktechnisch auch nochmal auf ein ganz anderes Niveau unterwegs gewesen. Ich sag mal so, zu Zeiten, wo Bibi mit Wappbapp durchgestartet ist, ist KSI hier mit durchgestartet. Also ihr seht, das Niveau ist schon überkrass. Deswegen bin ich sehr gespannt, was er jetzt mit seinem neuen Song Holiday jetzt hier auf die Beine gestellt hat. Ich würde sagen, wir gehen direkt rein. Ein gefühlvoller Song. Diesmal nicht extremer Hardcore Rap, wie es man nennen würde, sondern sehr gefühlvoll. Auch mal was Neues. Okay. Ich wusste gar nicht, dass er singen kann. Ich dachte, der ist jetzt einfach nur hart am Rappen, aber ich wusste gar nicht, dass er auch singen kann. Macht er gut. Macht er gut. Ich weiß, ich weiß, du wissen, die vibe. Ich will dich mit dir alle Nacht. Du und ich, unter den Leiden, unter den Leiden. Ich bin immer gut, wenn du bei mir bist. Ich weiß, du wissen, du bist auf mein Geist. Du wirklich macht mich auf mein Leben. Ich will dich hier für den Rest von meinem Leben. Ich will dich für die Sonnenschein. Ich will dich für die Sonnenschein. Ich will mich weg, weg. Stark. So chillig. So chillig, entspannt, einfach cool. So ein, so ein, ja, wie Holiday auch einfach, ne? So finde ich geil, was er rüberbringt. Und es ist auch, wie gesagt, es ist mal was komplett was anderes. Schockt. Cool like the ocean, losted emotion. Find me away, away. You're my holiday. Whenever you're here, it's a good time. Strawberry shirt's in the sunshine. Ice cold drinks till the moonlight. You're my holiday. Ich bin ja neugierig eigentlich, also das Video hat eigentlich eine sehr gute Bewertung. Aber die KSI-Community ist ja dann doch eher eine, die vermute ich mal eher auf diesen Rap steht, also mehr in diese Rap-Szene reingeht. Das ist ja schon richtig wie ein Radiosong, finde ich. Also der ist gut, er ist richtig gut, nur es ist halt was komplett anderes. Ich habe auch was ganz anderes erwartet. Das ist crazy. Das ist richtig. Das ist richtig. Es hat auch so Ohrwurm-Charakter, es bleibt einfach drin im Kopf. Das kannst du so überall chillig hören und das läuft so im Hinterkopf, das ist geil. Das kannst du so überall chillig hören und das läuft so im Hinterkopf, das ist geil. Stark, starker Song. Wie gesagt, ich habe was komplett anderes erwartet, aber hat mich auf jeden Fall abgeholt. Verrückt, absolut verrückt.